UNTERTITELUNG Kanada bietet unzählige Naturwunder, Landschaften, die ihresgleichen suchen. Dazu einige der markantesten Tiere der Welt. Kanada hat die längste Küstenlinie aller Staaten der Erde. Zudem verfügt es über mehr Süßgewässer als jedes andere Land. Und es beherbergt den größten intakten Wald unseres Planeten. Doch die heutige Wildnis mit all ihren Tieren und Pflanzen wurde auch von Menschen geprägt. Ein Prozess, der vor tausenden von Jahren begann. Eindrucksvolle Landschaften, atemberaubende Natur und eine vielfältige Tierwelt. Auch heute noch hat das wilde Kanada seinen Bewohnern und Besuchern so manche Überraschung zu bieten. Untertitelung beiaré